Hallo bei... Ähm... Paula, vier und zweihundert Jahre, dann auch. Und Dogmit hat was gefunden. Was dann? Was dann, Hunti? Das sind so viele Gebäude. Hunti? Was gefunden und jetzt tun wir wieder was rein. Momentchen. Knochen, Degen. Knochen. 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 Oh, Gott. Knochen. 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 Ups, Entschuldigung Topbeat, ich warte dich nicht auf. So, gehen wir wieder rein. Habt ihr das gehört? Pssst, hast du das gehört? Das ist doch scheiße. Ich habe das gehört, aber ich habe es gehört. Ich habe das gehört. So eine Melone. Vielen Dank. Das ist ja bestimmt schon fordreifst. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Scheiße, was war das? Hey, halt mal kurz die Klappe, ich hab was gehört. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schütten. Mal hier gucken. Pushstopp. Oh. So, geschafft. So, ich bin immer so aufgedreht nach dem Kamm. Was siehst du? Nein, gar nichts. Ich hab keinen Bock mehr. Meine Füße bringen mich um. Kannst du endlich mal die Fresse halten? Was zum Teufel war das? Pssst! Hast du das gehört? Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Habt ihr das gehört? Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Verstecken. Vor mir? Kannste vergessen. Scheiße, was war das? Das wird sicher los. Mein Bein! Hab sie gefunden! No! Du wirst... Ich bin mehr aufgestern, wenn du kannst. Du wirst schon mal sehen. Nein! Psst! Du bist nichts! Nichts! Das Ding kann ich nicht hacken. Wo ist der kleine Wichser hin? Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werd' dich finden. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Das gefällt mir nicht. Hey, lass uns was essen. Ich bin am Verhungern. Du kannst essen, wenn ich sicher bin, dass uns keiner überfällt. Ja, ja, schon klar, Mann! Warum hast du eigentlich immer so ne scheiß Laune? Du bist noch am Leben, oder nicht? Sei mir lieber dankbar, statt ständig rumzumeckern. Und jetzt halt die Klappe und mach deine Runde fertig. Ich weiß, wie du meinst, Ross. Was zum Teufel war das? Lass die Scheiße, komm! Ich muss ne Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ich geh' jetzt aber raus hier. Und äh, tu mal die Sachen, die ich Das ist ein Hauche. Wieder. Weg. 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 Naja, ich habe so viel zu machen hier Besen Bleistift weg Ein Paket brauche ich noch Brauchst du bitte Wuschtkorb Achso, eine Million ist das gewesen Ich dachte nicht, Futter Ich dachte nicht, Futter Das ist dann ein Stehtspoi Ich dachte nicht, Futter Äh, wo bist du? Cockpit Bist du? Ach, jetzt habe ich Jetzt habe ich, na also die Sachen hier Bist du? Bist du? Bist du? Auch nicht schlecht Transfer Was habe ich denn jetzt wieder? Schwere Ball Bist du? Ja, was ich da Ja, was ich da Noch ein Säge Bist du? Bist du? Ja, was ich da Bist du? Ja, was ich da Bist du? 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 Ach komm, egal jetzt Doch mit N Cerne Wenn wir jetzt nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 So kurz vor... ... 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 Ohhhh Transfer, oh Gott, wieder so viel Bierflaschen 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 Wie fliegt der Dreikaner nun? Bierflaschen Lecker, lecker, lecker Kaputte Lampe Nehmen wir Bandrollen Aber Leidung Nur scha Nur nur einmal So Dort mit Oh Dort mit Wir beide machen uns jetzt Auf dem Weg nach Ach, da könnte ich auch schnell Bühnenreißen Aber erstmal kümmern wir uns mal zum Teil für den Transport Transfer Gehen wir mal von unten Do Stop De defender Und Du wirst D Wow. Moms. Agne. Ok Cola. Ok Cola. Ok Cola. Ok Cola. Ok Cola. So. Dogmeat. Komm her. Hey. Dogmeat. Bleib so wohl. Bleib so wohl stehen. Mäh. So. Ja. So. 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 Zwei Kugel, da sie weg, da sie weg. Ach so, die Munitionstasche ist, die Munitionstasche ist also Schrott. Okay, dann reißen wir noch mal wieder zurück. Die Munitionstasche ist nicht möglich. So. So. Suchen wir mal unsere Zwischenackungsstelle. Und dann ist es auch YouTube heute. Jo, da ist die. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.